Hallo Freunde und willkommen zu Baldur's Gate. Wir sind auf der Reise nach Naschgel. Diese Karte, wo wir uns gerade befinden, ist eine Karte davor. Also ein Wald davor oder wie auch immer man sagen will. Und dieser Wald hier, der ist noch nicht ganz aufgeklärt. Das heißt, das werden wir noch nachholen. Und dann haben wir was vergessen. Ich glaube in der letzten oder in der vorletzten Folge sagte ich, wir haben eine Höhle entdeckt, da will ich nochmal hin. Das heißt, wir gehen auch nochmal zurück. Und dann kam als Hinweis in den Kommentaren der letzten Folge, dass es hier auch noch eine Höhle gibt. Ich habe mal nachgeschaut, da müsste eine Höhle sein. Und deswegen schauen wir da natürlich auch nochmal vorbei. Wir fangen jetzt erstmal damit an, diese schwarzen Flecken hier noch zu erkunden. Und dann, bevor wir nach Naschgel gehen, würde ich sagen, schauen wir nochmal in den Höhlen vorbei. In den zwei Höhlen, die wir bisher entdeckt haben. Ist natürlich ein bisschen problematisch, da unsere Taschen schon reichlich befüllt sind. Aber okay, es wird schon gehen und ich will jetzt auch nicht komplett nochmal zurückgehen, nur um irgendwas zu verkaufen. Das werde ich ohnehin noch früher oder später oft genug machen. Aber ich glaube mittlerweile sind die Sachen oder momentan sind die Sachen, die wir einstecken haben, noch nicht so gut, dass wir nicht auf manches verzichten können. Das heißt, wenn wir tatsächlich überladen sein sollten, können wir auch manches einfach wegschmeißen. Was will man schon mit irgendwelchen Stöcken im Inventar, die dann vielleicht ein Gold bringen oder so. Gut, ihr seht, ich bin schon fleißig dabei, diese schwarzen Flecken hier zu erkunden. Momentan haben wir nichts gefunden. Und dieser eine schwierige Gegner, der uns in der letzten Folge ja ziemlich zugesetzt hat, der ist irgendwie auch verschwunden. Vielleicht taucht er ja hier noch auf. Und dann müssen wir wirklich aufpassen, dass er uns nicht fertig macht, denn der war richtig stark. Gut, Freunde, es ist früh am Morgen. Also wenn ich mich etwas komisch anhöre, dann nicht nur deshalb, weil wir da vor einem Gegner stehen, sondern weil es noch sehr früh am Morgen ist. Ich glaube, bei dem Gegner können wir jetzt einfach mal draufholzen. So, da passen wir mal auf. Die soll ein bisschen zurückbleiben. Und die anderen können losrennen. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Das sind ein bisschen viele. Aber gut, wir probieren es einfach. So. Leider hat die Immonen was abbekommen. Und die da hinten schießen mit Fernkampf. Das ist problematisch. Haut doch drauf, Leute. Haut drauf. Ach, jetzt ist schon die erste gestorben. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Verdammt nochmal. Sehr ärgerlich. Komm. Dann müssen wir nochmal schnell reinladen. Mach mal hier. Das war das hier. So, wir gehen jetzt direkt nochmal an diese Stelle eben gerade. Von eben gerade. Es ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir sind ja jetzt nicht weit gelaufen. Im Hintergrund höre ich einen Zug vorbeifahren. Es ist besonders schlimm am Wochenende mit den Zügen hier. Obwohl ich diesmal alle Fenster und so weiter geschlossen habe. Aber gut. Ich habe jetzt nicht auf der Karte geschaut, wo die waren. Aber die müssten hier irgendwo in diesem Bereich gewesen sein. Will ich mir nochmal gerade betrachten. Und ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ob es nicht vielleicht doch zu viele sind. Das ärgerliche ist halt, dass unsere Energie zum Zaubern und so nicht zum Besten steht. Aber wir sollten da mal geschickter dran gehen. So, jetzt kommt die Stelle. So, da ist der erste. Wenn wir auf den jetzt zugehen. Beginnt der Kampf. Auf geht's. Beziehungsweise warte mal. Wir können die vielleicht anlocken. So, den ersten haben wir kalt gemacht. Ich lasse jetzt mal die Gegenstände liegen. Die sammle ich später ein. So, jetzt gebe ich mal hier. So, da ist nämlich der nächste. Dann werde ich einen nach dem anderen rauspullen. Hier nochmal ein Stück zurückgehen. So. Lass ihn mal angerannt kommen. Dann haben wir nämlich schon zwei besiegt. So, auch der zweite ist besiegt. Und wir nehmen ihn wieder hier. Wie heißt er denn? Den Kargain. Und gehen langsam vor. Und versuchen den nächsten zu holen. Ich gehe nochmal weiter runter. Da ist der nächste. So, wir gehen wieder zurück. Komm, mein kleiner Goblin. Ich habe was für dich. Ach, der hat uns jetzt noch gar nicht gesehen. Verdammt. Ich gehe da nochmal hin. Da ist er. So, jetzt kommt er aber. Na, komm, mein kleiner. Haha. Sehr schön. Ich glaube, beziehungsweise ich bin sehr zuversichtlich, dass wir es packen so. mit diesem kleinen Trick. So, der kommt auch. Komm und lauf in ein Tod. Haha, das ging schnell. Also, wenn die alle so schnell umgegangen wären, dann hätten wir auch beim ersten Mal keine Probleme gehabt. So, da sind aber noch mehr. Definitiv. Da oben wahrscheinlich noch mindestens zwei Stück. So, da ist der erste. Mist. Der schießt mit Fernkampf. Ich bleibe mal da stehen. Vielleicht folgt er mir. Denn gesehen hat er mich ja schon. Aber es sieht nicht gut aus. Ich glaube, der bleibt stehen. Das ist halt so ein verdammter Fernkämpfer. Ach, der kommt. Er kommt. Aber der bleibt da hinten stehen, ne? Weil der dann mit Fernkampf angreift. Okay. Auf geht's. So, und dann direkt zum nächsten. Und ich hoffe mal, dass da nicht ja zehn Stück irgendwo angeschossen kommen. So, Kruyo ist verletzt. Mein eigener Charakter. Haben wir noch einen Heiltrank dabei? Nein, haben wir natürlich nicht. Aber hier gibt's was. Was ist denn das? Schnelligkeitsöl. Ja, das bringt uns jetzt wahrscheinlich wenig. So, hier. Nera hat zwei Heiltränke einstecken. Dieser Charakter ist zu weit entfernt. Das ist natürlich klar. Nera ist nämlich der Charakter, der dann noch am Arsch der Welt steht. Hier nämlich. Super. Das ist die einzige ist, die Heiltränke dabei hat. Das heißt, ich werde mit Kruyo gerade mal meinen Rückzug antreten. So, und wir haben es geschafft. Sehr schön. So, Freunde. Schau mal gerade in sein Inventar hier, wenn ich das Richtige anklicken würde. Also, Cargain hat nämlich noch Plätze frei im Inventar. Das heißt, mit dem werden wir jetzt gleich mal ein bisschen sammeln gehen. So, ich glaube, die Rüstung, die lasse ich mal liegen. Wir sammeln jetzt nur das Gold ein. Und die anderen schicken wertvollen Sachen. So, ein Zauberspruchwolle. Die nehmen wir natürlich auch mit. Das haben wir schon untersucht, glaube ich. Nein, da ist noch eine Halskette. Die nehme ich auch mal mit. Also, Ketten und sowas nehme ich mit. Das andere lasse ich einfach mal da. So, ansonsten Pfeile. Nehmen wir mal mit. So. Ich glaube, wir haben es geschafft. Was ist denn das? Wo kommt denn der her? Ach, der war noch gar nicht tot. Der war nur bewusstlos. Aha. So, und Jahaira muss sich leider mal abziehen. So, der ist erledigt. Und wir müssen ganz dringend mal aufpassen, denn wir sind fast am Toden, fast dem Tode nahe. Oder wir sind dem Tode nahe. Das heißt, ich werde jetzt direkt mal abspeichern hier. So, was nehmen wir denn da? K25. Ja, kommen wir mal hier hin. K25. K25. So, normalerweise müssten wir jetzt einfach mal rasten. Ich weiß natürlich nicht, ob es viel bringt, in der Wildnis zu rasten. Wir probieren es einfach mal. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Ich glaube, das hat sich meine Mannschaft wirklich verdient, nach diesem Kampf. Hm, ihr werdet vom Knurren der Kobolde geweckt. Ach, super. Deswegen sind wir nicht gesund. Super toll, ey. Die Frage ist, wie lange haben wir denn jetzt gerastet? Ich weiß es gar nicht. Und wo kommen diese verdammten Kobolde her? So, ich werde jetzt erstmal ein Folgendes tun. Ich glaube, die Kobolde sind nicht so stark. So. Und der. Wir können auch Kryo abziehen. So. Das ging relativ schnell. Emon hat ein Level-Up. Und dieser komische Zwerg, der regt mich so ein bisschen auf mit seinem Gelalle die ganze Zeit. Aber, mein Gott. So. Rasten hat mich wirklich was gebracht. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt hier wieder hinlegen, da kommt schon wieder was. Beziehungsweise, warte mal. Ich tue jetzt nochmal speichern. So, wenn ich es dann finden würde, da 25, ne? Haben wir hier gespeichert. Das tue ich mal überschreiben. Und wir probieren nochmal zu rasten. Vielleicht haben wir diesmal mehr Glück. Wenn wir jetzt kein Glück haben, dann werde ich zumindest hier nicht mehr versuchen zu rasten, sondern nur noch woanders. Eventuell müssen wir dann doch nochmal zurückgehen. Und da sind schon wieder Feinde. Schon wieder Kobolde. Hier werde vom Knur und der Kobolde geweckt. Das ist ja sehr ärgerlich. Verdammt nochmal. Ich will doch einfach nur rasten. Die Ränder rum wie wild gewordene Wiesel. Mann, oh Mann, oh Mann. Wie haben sie zerfretzt, aber... Unglaublich. Okay, Rasten können wir, glaube ich, hier vergessen. Ich sammle hier noch ein bisschen die Kohle ein. Hallo. Da. So, und wir gehen weiter. Was haben wir denn hier vorne? Das sind doch Leichen, oder? Keine Ahnung. Also da liegt auf jeden Fall eine Kette rum. Dieser alte Zwerg, also der... Der hört sich wirklich immer so an, als wir jeden Moment umkippen. Aber ich glaube, zumindest auf dieser Karte haben wir das Schwarze so lange nicht. Ich bin langsam aber sicher aufgeklärt. Beziehungsweise da oben, das Eck fehlt noch. Ganz einfach. Das hatten wir vorhin schon mal aufgeklärt, aber da ist leider eines meiner Gruppenmitglieder gestorben. Und jetzt haben wir einen neuen Feind. Ein Kobold. Ja gut. Das ist auch egal. Na, kommt. Ich bin gestorben. Dieser kleine, miese Kobold. Ein Hauptkarte ist gestorben. Ihr müsst das Spiel neu starten. Junge, Junge, Junge. Na gut. Wir sind an der Stelle. Ich gehe jetzt hier nochmal zur rechten Seite. Und ich glaube, so langsam aber sicher, müssen wir wirklich auch vor jedem Kampf genau aufpassen. Ich meine, klar, unsere Gesundheit steht nicht zum Besten. Und ich weiß auch nicht so ganz, was das bedeutet. Hier, warte mal. Denn der Kryo kämpft nämlich gar nicht mit seinem Schwert. Warum nicht? Was soll das? Der hat einen Bogen in der Hand. Die hat ein Stöckchen. Der kämpft mit Schwert. Der hier, die Näher kämpft mit Stab, aber es ist ja auch ein Zauberer. Ich habe mich eben die ganze Zeit gewundert, wieso Kryo die ganze Zeit, also mein Hauptcharakter, die ganze Zeit mit der Hand kämpft. Was soll denn die Scheiße? Habe ich es irgendwie aus Versehen angeklickt oder was? Ich weiß nicht. Naja, ist egal. Es war nur der eine Charakter. So, da unten gehen wir jetzt auch nochmal hin. Und bis auf diese einen Kobolde, die uns eben gerade erledigt haben, gibt es wahrscheinlich hier nicht mehr allzu viel. Ein Heiltrank müssten wir noch dabei haben. Und das war es dann auch schon. Ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei. Wenn wir hier alles aufgeklärt haben, muss ich auf jeden Fall in die Stadt zurück. Wir brauchen neue Ausrüstung. Wir brauchen Heilung. Und dabei können wir natürlich auch unser Inventar mal ein bisschen leer machen, beziehungsweise halt ein paar Gegenstände verkaufen. Ich habe jetzt gedacht, ich könnte jetzt mit euch schön hier in die Höhle marschieren. Räuber. Ja, okay, warte mal. So, wir greifen an mit Khaled. Und dem Zwerg, der soll mal ordentlich draufhauen jetzt hier. Jahaira kann, was kann die verstricken? Das brauchen wir jetzt nicht. So, der Räuber ist erledigt. Nee, das sind zwei Räuber. Aha. Haha. Wie der immer zerplatzt, aber wie die manchmal zerplatzen. Das ist krass. So, wir müssen auch aufpassen. Irgendwo waren diese Kobolde hier. Ich weiß nicht, ob das Ganze so ein bisschen zufallsgesteuert ist. Könnte natürlich sein, dass diesmal halt der Räuber da war und vorhin diese Kobolde. So, da fehlt nur noch diese Stelle hier. Auf geht's. Beziehungsweise, warte mal, wir haben die Räuber hier gar nicht versucht, ne? Ein Räubersculpt, den nehmen wir mal mit. Wer weiß, wofür wir hier vielleicht noch eine Belohnung bekommen. Okay, hier ist die schwarze Stelle, aber das sieht aus wie Gebirge. Ich glaube, da können wir gar nicht weiter. Hm, okay. So, ich gucke nochmal auf die große Karte. Wir haben nämlich hier zwei Orte. Einmal den Jahrmarkt, einmal Naschgeld. Wenn wir jetzt hier zurück nach Beric Ost gehen wollen, weil wir da unsere Sachen verkaufen könnten, müssten wir auf jeden Fall nochmal durch diesen Wald durch. Dauert natürlich eine ganze Weile. Hm, vielleicht sollten wir doch zuerst nach Naschgeld gehen. Ich bin mir fast sicher, dass in Naschgeld auch eine Möglichkeit, auch eine Möglichkeit, dass es da auch eine Möglichkeit gibt, wo man die Sachen verkaufen kann. So, ansonsten ist es ja hier weitgehend aufgeklärt. Okay, gut, dann gehen wir jetzt einfach hier runter. Komm, wir gehen nach Naschgeld. Weißt du, Kryo ist immer halt, was interessiert mich das Geschwätz von vorhin? So, ich nehme mal einen Schluck Kaffee. Wir können jetzt zum Jahrmarkt oder nach Naschgeld. Komm, wir gehen nach Naschgeld. Wir gehen nach Naschgeld. Also, Also, wir sind in Naschkel angekommen und das, wo wir eigentlich die beiden Höhlen untersuchen wollten, aber keine Angst, das habe ich nicht vergessen. Wir müssen uns erst noch ein bisschen ausrüsten und gerade eben hatten wir die Einblendung, dass wir nicht untätig rumsitzen sollten bezüglich der Eisenknappheit und dass diese Eisenknappheit irgendwas mit uns zu tun hat. Allerdings wissen wir noch nicht, was. Irgendwas liegt hier im Argen, Freunde. Irgendwas liegt hier richtig im Argen und das hat mit uns zu tun. Das ist das Schlimmste daran. So, komm, wir schauen nochmal auf die Karte. Sieht groß aus irgendwie. Ich würde vorschlagen, dass wir hier ganz langsam vorgehen. Gebt euch zu erkennen, sagt uns ein netter Herr namens Baldol, Baldolan. Wir sind die Gruppe von Kryo und suchen einen Ort, wo wir uns zwischen unseren Abenteuern ausrühren können oder ich bin Kryo und die sind meine Gefährden. Ich habe gehört, dass diese Gegend in der letzten Zeit einige Schwierigkeiten durchlebt hat. Erlaubt mir, euch während unseres Aufenthalts zur Verfügung zu stehen. Ja, das klingt nach beidem, beides ganz gut. Ich nehme einfach mal das Zweite. Ich bin mal ein bisschen frecher. Wenn ihr Probleme lösen möchtet, seid ihr willkommen. Wenn ihr sie verursachen wollt, dann geht besser woanders hin. Die Lage hier ist nicht so gut, Kryo. Wir werden euch keine Schwierigkeiten bereiten, dessen könnt ihr euch sicher sein. Hoffentlich nicht. In unser beider Interesse. So, ja, damit sind wir in Naschkel angekommen. Cool. Wirtshaus in Naschkel. Ich glaube, das hört sich gut an. Egal, was wir machen. Wir können jetzt erstmal hier uns etwas ausruhen. Und das machen wir in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Das t weigh ich mal. Und das, wir 겁nigung an, was wir brauchen, wir brauchen. Ja, bis zu 50, das ausruhen. Alles ist voll. IGH- Dolor. Was 주�드릴 da不是 für dichа batemat icons? Dann fuhh今. Das ist auf一點씨�eten. Da ist vielleicht... wasn't he? Musik wurde in deratu. Vielen Dank.